wir zacken wieder ein bisschen corekeeper und der sascha ist mal aus dem urlaub zurück der feine her und darüber können wir den nächsten boss machen das heißt wir bauen gerade boote dann machen wir noch ein paar tränke und dann klatschen wir den nächsten boss blitzt über westen gewässer muss ja eigentlich sonst nur auf attack speed skill genau sechs prozent schatz dass die ich habe vier prozent schatz dass die nahkampf angliffsgeschwindigkeit kurzzeitig um 50 prozent erhöht wird ist ganz schön krass crazy steigt für jedes prozent fehlender gesundheit 0,2 stimmt okay ich habe die tränke am start muss können wir loslegen damit jeder ein boot wasser die normalen oder die guten boote gemacht ich wollte sagen dann gibt dem andi doch das normale weil der tank doch eh dann dann können die fernkämpfer besser ausweichen nicht abbauen auf gar keinen fall abbauen das portal alles was ich aber guck mal guck mal sascha was immer ein bisschen zur seite dass du denn siehst das portal hier das ganze aufgebaut ist sehr gut jetzt verstehe ich ja das haben und ich habt ihr konzipiert ganze folge lang ja ausgerechnet wir sehr stolz so wie das klingt soll jetzt durch genauer nicht er macht da nicht einen scheiß rein hast du essen dabei sascha für alle ja wenn ich teile ja ich nehme noch mehr mit ich habe auch noch irgendwas bisschen dabei wie geht ihr denn ins portal rein soll ich das anklicken äh eh was mit auf ach so und dann auswählen wohin dann aus ja in ganz rechten danke kein ding richtiger portal loop so kennen wir dich so ein bisschen her als du es benutzt hast das stimmt ich habe essen reingepackt und immer die andere truhe bitte fürs essen nehm ich nicht die andere truhe da ist ein oktarinenbar und da kann man nicht da nicht machen naja stimmt hier wird übrigens oktarinen abgebaut cool ah ok wir waren so feilfett haben gesagt wir bringen es einfach zu einem portal so das essen sollte wohl reisen glas stelle ich bisschen weiter das ist echt ein pfeilfeld move ja du wirst gebabbelt ja der versuch zumindest der wollte ich anbappeln richtig angebabbelt direkt kassiert der tränke so drin kann doch ich nehmen herzbeeren soda und alles essen kann wenn er das letzte gegessen hast dann ist das erste schule abgelaufen ja fuck ich muss noch zurück kommt ne bubble high nieder rein ja er wird auf jeden fall mich fast gespielt ja er mies ich bin immer noch am rumsleben das ist leider riet allwasser nicht schlecht echt n bisschen blöd ne mit dem ok also ich bin ready ich hab das teil um ihn zu rufen 32 nahkampfstand für 30 sekunden ach fernkampf naja bitte was willst du lachen der krank fehlt mir noch okus krank oh hier sind noch dings die spawnen ja hier automatisch waren die nicht noch vom letzten mal da was äh ja die dings wie heißt sie die tentakels na die spawnen ja auch so normal ok irgendwie cool die tränke einnehmen kann ich auch auf dem wasser oder das ja das wärs ja noch wenn das nicht ginge ja hui viel zu viel das ist so fangen wir mal an oder ich fang mal an zu essen warte mal an erst mal was genommen was fünf minuten hält dicker flitzer das ding ist wenn man wenigstens aus dem inventar raus essen könnte aber geht ja nicht ne immer dieses rum immer dieses rum ok ich bin ready du musst jetzt mal klarkommen ja ich mal also sonst laufen die sachen halt wieder ab ja schön ja hast du genommen nein dann nimm ich sag dann ganz klares ich hab's genommen ich hab mich übernommen übernommen kacksteuerung so so hat das alles genommen wie gegen das denn kann ja zweitern getragen werden sehr gut angeln oh fuck äh sascha komm mal hier an land ja warte dann drobe ich dir das ja ein angelboss muss ich das als köder nehmen oder ne du hast das letzte mal auch schon gemacht ja ja ich muss als köder auswählen nein gut ist das umständlich ok hä ich könnte mir das essen einfach noch machen ja musst du glaub ich auch hä älter oh ich bin einfach tot echt jetzt einfach im arsch gespott warte die windteile kann man anscheinend nicht tanken wir machen nicht so viel schaden muss ja auch damage machen ja ich mach ja die dinger grad weg ja oh ja äh und es ist ganz schön viel windzeug hier unterwegs oh aber ein bisschen schaden haben wir schon gemacht aber nicht viel oh der dakel mhm die halten auch ganz schön viel aus die scheißten tage ist auch dreimal treffen teilweise muss er denn da oben oh 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 das ist nicht gut oh oh das saugt er noch irgendwie so ein mhm mir fällt auch grad ein wo ist meine energy da ah ja toll mein gott ey oh fuck ja da an der boot komme ich nicht mehr dran bist du gestorben naja die scheißdinger mich eingesorgt haben hier sind ja zumindest nur nahkampf die viecher die teile ne wieso machen wir denn so wenig schaden an dem die boss ist der soll nicht nach zwei hits sterben ja ok ein bisschen geht ja eigentlich ich bin doch für den das aber auch echt wenig boah die die dings sind aber fieser die äh tornadoes sind fieser als der rest kann man die weg machen ne ne kannst du auch nicht wegschießen oder so vor allem so viel hä alter der darf ja das portal kaputt gemacht mega echt wie das der wie ja ja weil diese tornadoes hier durchrasen echt scheiße echt Alter ja wenn du aber halb down fährst sie kannst boah alter wieso spawn ich noch mehr Tentake ja bei mir einfach direkt hinter einem ne ne in mir ist scheiße das ist halt spielrecht zu zielen und gleichzeitig die ganze Zeit auszuweichen voll in vierte tage rein oh nein ich bin noch da ich bin auch noch da aber nicht mehr lange wenn es so weiter geht heilig aber nix mehr wenn du in der portal kaputt hast wo ist der der ist hier unten links naja naja wir haben ja auch zumindest ne bahn dahin ne also ja aber das dauert 10 Minuten glaube ich bis dahin boah ich werd hier aber richtig eingekesselt von den Viechern scheiße blöde ist echt man braucht irgendwie drei Schüsse bis so ein Tentakel weg gibt ne ja er hat sich noch nicht regeneriert oh jetzt mega oh nein wirbelstimme oh oh wir wieder tot es wird auch mal mehr ne ja wirbelstürme die sind einfach übertrieben oh shit shit man braucht ja sogar drei hits mit crits äh jetzt weiß ich was der andere meint mit die ziehen einen ran noch so ein Ding? ne augenring ach das ist aber eine Erztruhe wo ist er? ich klicke immer auf meine Items ich Idiot hab ja auch schon gemacht hab ja auch schon gemacht ich wundere mich dann für den Partner nicht mehr schießen ich hab auch nur noch sehr wenige Heiltränke ich bin durchhalten ich bin unterwegs ist unten rechts du schießt auf mich und nicht auf ihn wo ist er? hier unten rechts ich komm nicht dahin weil die sind zu viele Tonne ist weg ich bin safe safe ja also ist auch er ist half-life auf jeden Fall jetzt geht er ab jetzt kommt die schwierige Stufe oh fuck hier war's mit Gabe geklickt ja jetzt geht er richtig ab oh nein wo liegt die Dings sind weg er macht keine Tornados gerade er macht ganz viele nach unten und nach rechts okay nach oben nicht ich hab mal getroffen damit ein hier ist er links oben also oh fuck der Bonus Damage auf meinem Bogen ist auf jeden Fall schon weg alles gut unten unten links du da haben wir schon zwei Drittel ist weg ungefähr dir nicht sterben Sascha ja ich sterb nämlich jetzt nein ich kam noch weg halt euch also die Tentakel da kann man ja echt gut ausweichen eigentlich ja ich hab noch einen Heiltrang von 13 Stück oder so die ich am Anfang hatte also ich bin auch nur noch im Ausweichen grad um zu überleben ey was ist passiert alles gut geht die Bahn hier nicht weiter warum ne ist fertig da leider und da muss man laufen in den West ja perfekt ich hab kein Licht ich brauch schon ja weiß ich nicht du darfst dich nur nicht regenerieren irgendwie in der Nähe bleiben na also in dem Gebiet bin ich die ganze Zeit aber aber er übertreibt ja wirklich ne ist die Tentakel nochmal stärker geworden ich brauch 5 Hits jetzt dafür ok ja ich brauch so 3 bis 4 ok ah Bonus Diense alter auch weg ich bin mir nicht lang ach hier bin ich auch nicht lang Alter da ist ja alles zu stehen aber er hat sich noch nicht regeneriert ey der macht das oh nein jetzt komm wieder zurück in die Wirbelstürme mhm ich verpiss mich unten links ja ich bin grad oben rechts gekommen nicht durch wegen Wirbelstürmen ja alles gut in 4 Stück alter naja 4 Stück das fiese ist dass die Wirbelstürmen jetzt auch noch zurück kommen wieder ne mhm ich hab gleich das Problem dass mein Bogen gleich kaputt ist nein 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 ich hab keine Heilung mehr äh ich hab ein bisschen noch aber auch nicht mehr viel ja behalt 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 ich versuche nur noch auszuweichen das ist echt alles zu zerstört das ist ja viel scheiß na aber was soll man denn gleich nehmen uuuu das ist wie weg wo ist der rechts oben rechts mittig ich weiß nicht welchen soll die Putze ist hier unten unten rechts ah der hat schon echt gut was geht dir aber die Tentakel sind boah alter Tentakel vielleicht gar nicht das Problem weil die so langsam sind ah ich bin tot mein Bogen ist auf halbem Leben ich kann nicht mehr lange was machen im Fernkampf alter die spawnen hier einfach mitten drin die Tentakel oh 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 ein Hit bin ich noch ist irgendwer da warum geh ich mich nicht mehr aha ich bin tot wenn das total kaputt ist weiß ich auch gar nicht wie ich hin kommen soll rechts an der Base ist die äh von in der Farm irgendwo geht's los da ist ne äh Dings okay ich will auf mein Kart bauen habt ihr sind die ist die Dings auch weg ist die ähm die Viecher sind einfach in dem Ding gespawnt naja nooo sag nicht du bist tot nein nein aber pass diese 8 Milliarden Tentakel und äh äh warum hiel ich mich nicht ich hiel mich an den Viechern einfach nicht oh ich hab nicht hingeguckt weil ich ihn treffen wollte ein bisschen man ich bin auch down nein ich bin doch da aber ich kann hier nicht so auch da aber nicht mehr lange schon losgelaufen also rechts die Gleise einfach noch mhm da ist er ich lenke ihn ab ja weicht nur aus damit er nicht resettet wir kommen ja wieder wenn ich nen Kart finde ja ich hab nen Kart ah hier sind welche ich hab auch ich hab erstmal noch mit dir mit dabei einfach nicht sterben nur ausweichen er hat ja gesagt er hat's getan ich weiß aber hab ich auch jetzt 5 Minuten lang gemacht weicht mal aus ohne Boot äh sind da nicht Brücken? ach stimmt die werden kaputt gemacht instant ach weil ich meine Brücken nicht im Gürtel gehabt sondern so irgendwo ja ich auch nicht da hab ich noch Tränke drin gehabt schüss wer ich nicht einfach alle Tränke nehmen kann oder aus dem Inventar nehmen kann ist so unsinnig da haben wir jetzt schon echt weit ja wir haben jetzt ein Hotkey da viel ah für Tränke meinst du? für Hot.. ja für ja für also bei Terraria gibt es nen Hotkey dass du dann automatischen Tranken musst echt gut ja wir hatten jetzt irgendwie jetzt hatten wir so viele Tränke hatten wir noch nie und trotzdem man macht halt richtig übel damit und wir haben ja schon die höchsten Rüstungen wir haben ja schon die höchsten Rüstungen yo man ist bei den Totaken auch manchmal zu langsam ne man kommt da ja aber die machen trotzdem nicht so viel Damage und so wenn du also wenn du fährst durchfährst dann treffen die nicht das lustige ist dass ich mich einfach nicht an allen heal das ist so sinnlos einfach nur komplett verpackt was ist ich für nen Arsch jetzt stimmt an den einen heil ich mich an den anderen nicht bei den meisten heil ich mich nicht ja ich bin auch wieder gestorben schade weil die machen halt alles kaputt ne egal macht sich direkt wieder auf dem Weg irgendwie wenn ich richtig hier ich lauf jetzt ne ich bin auch am Ende der Dings ich hab ausgesehen ein Bleist kaputt gemacht naja oh no uns am Ende oh no tot nein ist das schon noch nicht da ne drei Tentakeln in mir gespawnt und dann kam noch dann wird der jetzt resettet sein wahrscheinlich ich glaub einfach nur wir brauchen alles andere als schön ne er ist ein bisschen imber mhm wahrscheinlich gibt's irgendeine valide Taktik aber die haben wir nicht gecheckt oder so ja war ja bei dem anderen auch so das ja aber irgendwie man kassiert schon hart kannst du denn auf dem Boot dein Schild benutzen? nein ich kann nicht weiter weil ich hab kein Säure zauberige aber ist ja wie Säure wir sehen ihn nicht also wir können nicht hin weil wir beide keine Boote haben ich hab jetzt ich hab Bröcken komm mit komm mit komm mit das ist meiner glaube ich hier kann gut sein ja aber ich glaube er ist weg ich sehe ihn zumindest nicht mehr aber kannst du noch Brücken hoch machen dann kann ich meine Sachen holen da hast du wenig ich genau da rechts ich ich glaube dass ich das bin sehe ich das irgendwo ah ja bin ich gewesen ja er ist weg ach scheiße moja aber wir haben die Dinger also Stege so gebaut dass die an den Leichen dran kommt gerade wir haben dir fast komplett runter gezert du musst noch mal rum aber ja der ist nicht weg total ist doch brutal müssen wir ein bisschen weiter weg bauen ne bisschen ist gut wir sind 50 Meter weiter weg reicht es nicht unterhalb der Trasse zu bauen ich würde es lieber nur ein Stück weiter weg machen einfach die Tentakel sind da mitten drin gespawnt hab ich gesehen ja das Bruder und Andi die holen die sind doch schon unterwegs vielleicht ein paar von dem billigen Boden bauen als Ersatz ich meine ob wir die haben wir die Boote wieder eingesteckt haben also oder du mach hier ne ich hab meins wieder mitgenommen das musst du draufhauen dafür ja ja ich meine ja generell aber das Ding ist halt jetzt haben wir auch erst mal erst mal wieder gar keine gar keine irgendwas gar keine Tränke wir essen haben wir glaube ich immer noch genug aber ja essen geht ja Tränke haben wir halt ich hab ja noch ein paar aber ich mach noch mal ein bisschen essen direkt wir müssen eh warten bis das Portal aufgeladen ist voll ja ja 10 Minuten warte ich das sogar länger kann auch sein weil sie dann länger ja das war ja auch schade ich boah ah da ist mein Card ich hab irgendwie von den anderen Leuten das Tag aufgesammelt auf jeden Fall ich hab den Bogen komplett leer geschossen und trotzdem kein Upgrade fürs äh für Fernkampf genau das hast du ja auch nicht gekillt meinst du dann zählt das gar nicht da weiß ich nicht aber ich vermute ich bin nicht bestimmt auch du wohnst ich bin nicht bestimmt auch hallo bötchen hallo das ist ja die bote sind jetzt nicht weggnallt ja das stimmt zum glück das wäre auch übertrieben also ich habe hier jetzt noch das zeug was der bruder teils in die kiste geräumt hat wo soll ich das hin tun irgendwann alle tränke rein die ich noch ab und ab essen essen du hast in die utensil kiste oben wo die bohrer drin sind ne dein zeug ja ich meine ich weiß dass meine ausrüstung noch nicht high end ist das geht noch besser aber dauert halt bis man das gefunden hat das zeug also set geschichten jetzt wo du sagst reparieren können die auch mal kommt der denn da jetzt auf einmal her wer ist der einfach perfekt geöffnet achso ne krabbe der krabbenmann mr crappy coco der macht was so krabbenmänner machen macht was eine krabbe machen kann das leuchtet das leuchtet mach mal dahin nicht mehr das tue ich zurück in die kiste so ist es ein wenig abhaut krabbe stein der rechter nahrer ich gerade aus Versehen mein Essen weggeworfen du hast es eingesammelt das ist in keiner Kiste irgendwelche Burritos ohne Ende oder so 300 Burritos hab ich nicht im Inventar ne was sind denn die hin aber Goldene ne ne will ich shit einfach nur zum Essen das Verkauf wahrscheinlich war nee die hatte ich vorhin bei der Kiste die Kabel kaputt gemacht hat war das glaube ich ist der vertan hier kommt jetzt crazy food rein gar kein Blitz ne ey warte mal das höchste ist ja ihr habt andere Rüstung ihr habt Oktarien Rüstung ne ich hab noch Skalit zum Teil ja keine Sorge der macht ihr trotzdem Damage ja ich doch auch das wir in dem Fall gar nicht so entscheiden müssen wir eigentlich mehr Damage machen wir müssen auf jeden Fall mehr Damage machen ja ich muss aber auch sagen gefühlt skaliert das krass also wenn du den normalen Boss machst und den alleine machst machst du ihn viel schneller down als wenn du ihn zu dritt machst obwohl alle drei ja den dreifachen Schaden quasi machen weißt du ich weiß nicht die kriegen anscheinend noch mehr Boni als einfach okay hier sind vier Spieler also kriegt er vierfach Leben sondern irgendwie noch weitere Boni aber ich weiß nicht was genau nochmal alles mal keinem Plan also es wirkt auf jeden Fall mehr als das Vierfache an Leben ich hab es gar nicht gestiegen durch den Fight ein bisschen albern ne was hattest du denn da drin also irgendein Ring alter ich weiß gar nicht welcher kann sein dass ich den gerade aus versehen weg geschmissen habe ich habe ich für jeden einfach den Ring im Inventar gehabt und dachte so hä kommt der denn her ist aber auch nichts Haltkette geht nicht hier kochen wir noch weiter wo ist es einfach Auto schnell stapelt nie gar nicht ja wegg die dinger ich schwööööööörööö Ö заним tops ich habe das portal kaputt gemacht ein selten alt was machst du denn da ich gucke ob ich diese kiste drehen kann aber ihr hättet rest war schon gesagt das geht nicht mal die verdrehte kiste ich bin so das spiel ist abgestürzt aber war nicht immer mehr trocken gemacht für dein essen dann machen wir jetzt eine kiste dabei nur goldenes essen rein der bock da drauf ja ja ich habe gar nichts zu essen und hunger irgendwie hat meine burritos geklaut ich weiß nicht wer sind auf jeden fall weg weil das denn hier billiges essen was man fressen kann hier wo ich stehe alles die ganze kiste und ganz unten kommt jetzt das gelöx essen rein immer nur die reste der geschmack ändert sich aber noch hier wo der ganze gute shit ist brauchen eigentlich nur goldenes essen jetzt sonst ich werde mal wollte mal probieren habe ich diesen kronenbeschwörungs stein oben auf dem dings wollen wir uns mal angucken alle grad ready um den boss zu klatsch der vielleicht viel zu stark für uns ist obwohl die folge ist gerade vorbei das machen wir schön in der nächsten folge also reinge auf die nächste folge warten um den anders zu sehen reingehauen